Das Show-Event des Jahres, die Night of Music, zum 10. Geburtstag der Arena Trier mit der Big Band Art of Music, den Trierer Philharmonikern und den besten Künstlern aus der Region. Ich habe extra für euch heute Abend mal etwas mit den Haaren ausprobiert. Ein musikalisches Feuerwerk der Extraklasse. Erleben Sie die Night of Music. Morgen ab 20.15 Uhr bei OK54.